Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Ungeziffer ist mir entkommen und aus irgendeinem Grund kann ich es nicht finden. Nun, Mr. Joker, was tun wir, wenn wir es nicht finden? Äh, wir lassen Sie uns finden? Exakt! Zerstört bitte nichts in meiner Abwesenheit! Ah, gut gemacht, Wildstyle. Ohne den geöffneten Tunnel wäre es ein tiefer Sturz gewesen. Ja, ich glaube, dieser Schlüsselstein wird noch nützlich sein. Finden wir heraus, wie man ihn richtig einsetzt. Das ist der Ortungsstein. Jetzt könnt ihr mir helfen, meine Schlüssel zu retten. Kleiner Schatz. Vielleicht später. Ich bin Gandalf der Graue. Ich bin Gandalf der Graue. Ich bin durch Licht und durch Finsternis gefallen. Aber nirgendwo war es auch nur... Hast du die Energiesignatur gefunden? Die scheinen hier ja nicht mal Elektrizität zu haben. Nun, werte Dame, ich versichere Ihnen, dass wir in der Tat die Macht der Elektrizität zu nutzen wissen. Sehen Sie da, die örtliche Glühbirne. Verflixt! Haben Sie hier das Sagen? Durchaus, Bürgermeister Juber zu Ihren Diensten. Haben Sie hier irgendwas Seltsames gesehen? Nun... Ich sehe eine Dame, die Hosen trägt. Wir werden uns einfach umsehen. Danke. Oh, viel Spaß in unserer Stadt. Leider ist sie gerade ein wenig überfüllt. Ihr seht nicht aus, als kämmt ihr aus der Gegend. Nicht im Geringsten. Ganz bestimmt nicht. Wenn ihr euch diesen guten Leuten beweisen könnt, werden sie euch vielleicht akzeptieren. Ich muss mich jetzt um Stinky Lomax kümmern. Wenn wir tun, was der Marshall vorschlägt und den Leuten helfen, erhalten wir vielleicht ein paar Antworten. Mein Name ist Joe, Joe Stadler. Man nennt mich auch unehrlicher Joe. Ich möchte ein rechtschaffender Unternehmer werden und brauche einen Imagewechsel. Ich hatte an ehrlicher Joe gedacht. Würdet ihr, Fremde, mir dabei helfen, mein Schild fertigzustellen? Ich brauche noch ein Foto von mir. Aber der Fotograf sieht sich lieber das Geschehen auf der Hauptstraße an. Hilfe! Ich glaube, ich habe geblinzelt. Und außerdem habe ich etwas zwischen den Zähnen. Das wird ein schreckliches Bild. Trotzdem, vielen Dank. Das ist ein wenig eklig. Mein Missgeschick sollte wirklich niemandem widerfahren. The Puh, ich stinke. Moment mal, was soll denn diese riesige Metallklaue? Ich glaube, ich muss mich erst mal in den Saloon setzen. Ich will sehen, wie er einen Olifantenhaufen versetzt. Das wäre mal ein Anblick. Verzeihung, könntet ihr mir helfen? Ich habe da ein kleines Problem. Der Zug sitzt im Bahnhof fest und kann seine Fahrt nicht fortsetzen. Könntet ihr mir vielleicht aber helfen, die Gleise zu reparieren? Hier sollte genug Material herumlegen. Das war's für mich. Ich tue einfach mal so, als hätte ich diesen unheimlichen Hokuspokus nicht gesehen. Schließlich habt ihr etwas Gutes getan. Vielen Dank. Oh, seht. Was auch immer vorsichtig scheint vorbei zu sein. Und die Straße ist frei. Ah! Hilfe! Noch ein Tunnel? Ein Strom? Nein, ein DeLorean. Oh, nun denn, wer ist das? Grundgütiger. Gandalf, schön euch zu treffen, Grund. Was? Wann bin ich? Wann sind sie? Geht es Ihnen gut? Sie sind in Hill Valley. Oh nein, nein, nein! Wie grauenhaft! Ich weiß nicht. Ich finde die Stadt ganz hübsch. Das könnte das Raum-Zeit-Kontinuum vernichten. Ich gehöre nicht hierher. Nicht jetzt! Schnell! Ihr müsst mir mit dem Auto helfen. Grundgütiger. Oh ja, schnell! Die Regen! Noch ein Reisender. Erst helfen, dann fragen. Spring an! Los! Spring schon an! Fängt die Menschen 1885 einen Glorian-Seelen-Gatten! Oh, je! Also grimаз Cameron sind sie jetzt zum Erk Brifzug in 1885 einen Glorian-Seelen-Gatten. Das war auch越art. Das war eure G methyls. Das war's für heute. Das war's für heute. Wunderbar! Ich wusste, es würde irgendwann funktionieren. Danke, ich gehe jetzt zur Mine. Nehmt euch vor Mad Dog Tenon in Acht. Wenn meine Informationen zur Geschichte von Hill Valley stimmen, eilt ihm sein Ruf voraus. Vielleicht ist das der verrückte Hund, den der Dog erwähnte. Er ist ein Menschengestalt unterwegs. Ist er ein Gestaltwandler? Ich glaube, Mad Dog ist nur ein Name. Hm. Niemand nennt mich mehr! Schon gar nicht so eine rausgeputzte, milchgesichtige Mistfliege! Hilfe! Hallo! Wer auch immer das ist, er ist die Quelle der Energiesignatur. Ja, ich kann es fühlen. Dieses Universum ist nicht groß genug für uns vier. Warum haust du da nicht ab? Weil ich hier was zu erledigen habe, Fremder! Und ich glaube, ihr möchtet euch darin einmischen! Na dann, versucht doch mal uns daran zu hindern. Batman! 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 Du weißt schon, dass du keine Knarre hast, oder? Ja. Ja. Okay! Oh! Achtung! Oh! Meine Güte! Kechonk! Boom! Bewegung! Ah! Super ist dieser Markt bestimmt nicht!